Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar mit unseren Ulduar Guides. Ihr seht hier die Belagerung der Festung. Wir haben in den letzten zwei Videos die ersten beiden Bosse hier links besprochen und heute geht es zu diesem Riesen hier, zu Ignis, Meister des Eisenwerks. Wenn ihr den Gang nach Bekämpfen vom Flammenleviathan hinbekommt und dann nach links abdriftet in die kolossale Schmiede, dort trefft ihr dann auf Ignis. Ja, dann wollen wir uns da gleich mal anschauen, was denn der so zu bieten hat. So, Ignis hat keine Phasen, sondern es ist ein dauerhafter Kampf mit seinen Fähigkeiten und er hat einmal diese Flammenstrahlen, die er ausstößt, die silenzen auch, geben einen Dot, deswegen von diesen Strahlen am besten fernhalten, also nicht vor dem Boss widerstehen. Er macht ein Versängen, das ist ein Bodeneffekt vor dem Boss auch, der sehr viel Schaden verursacht und diese eisernen Konstrukte, die am Rande des Kampfplatzes stehen, unter Hitze setzt. Da kommen wir gleich noch dazu. Er hat noch einen Schlackentopf, den seht ihr hier vorn an seinem Bauch montiert. Da wird immer mal ein zufälliges Ziel oder mehrere zufällige Ziele reingesteckt und gestunnt für 10 Sekunden und dann bekommt man sehr viel Schaden. Das sollte oder das muss gegen geheilt werden. Jetzt kommen wir mal zu diesen Konstrukten. Diese Konstrukte stehen halt an der Seite und werden dann aktiviert. Und diese Konstrukte haben, die kann man halt nicht zerstören an sich. Und man muss dann einen bestimmten Prozess machen, um die im Endeffekt anfällig für Schaden zu machen. Das bedeutet, die werden erst erhitzt, dann werden sie abgeschreckt und durch das Abschrecken werden sie brüchig, wie halt bei anderen Materialien auch das möglich ist und können dann durch einen gezielten Schuss gekillt werden. Man muss diese Konstrukte eben durch den AOE-Bodeneffekt vom Versängen, von der Bossfähigkeit durchziehen, dann bekommen sie Hitzestacks. Diese Stacks stacken bis 20 hoch. Wenn das passiert, werden die Konstrukte geschmolzen, machen dann sehr viel Schaden und müssen ins Wasser gekitet werden, was hier links und rechts in der Schmiede auch vorhanden ist. Durch dieses ins Wasser kiten werden die Spröde und gestunnt und dann muss ein Spell, es darf halt kein anderer Schaden draufkommen, sondern es darf nur ein einziger Spell draufkommen, der mehr als 5000 Damage macht. Und dieser Spell reicht dann aus, um das Konstrukt zu zerstören und das macht aber auch dann nochmal sehr viel Damage im Umkreis von 10 Metern. Das heißt, dieser Spell sollte natürlich auch von einem Range dann stattfinden. Wenn die Konstrukte aktiv sind, wird Ignis stärker und deswegen müssen wir die Konstrukte spielen und können die nicht einfach so nebenbei mit Off tanken, weil sonst Ignis halt zu viel Schaden macht mit seinem Schlackentopf und mit seinen Melee-Attacks und so weiter. Das ist im Endeffekt der ganze Kampf. Das heißt, wir haben zwei Tanks, ein Boss tank, der kann auch die ganze Zeit den Boss tanken und einen Tank, der die Konstrukte macht und die Konstrukte dann ordentlich in die jeweiligen Flächen reinkitet. Die Konstrukte sollten dann, wenn sie diesen Geschmolzen-Debuff haben, ins Wasser gezogen werden. Dann wird Abstand genommen und dann wird ein Range eingeteilt, am besten einen Mage oder einen Hexer, der halt mit einem Spell sehr viel Schaden verursachen kann. Das Konstrukt finishen. Man sollte natürlich nicht vor dem Boss stehen und die Spieler im Schlackentopf sollten auch geheilt werden. Was haben wir denn als Erfolge? Wir haben heiße Angelegenheiten. Da muss man den Effekt überleben, dass man im Schlackentopf drin gewesen ist. Es werden meistens halt nicht Tanks reingeworfen. Ich glaube, Tanks werden gar nicht mit reingeworfen, weil die müssen ja andere Mechaniken. Wir haben Alteisenproduktion. Das heißt, wir sollen innerhalb von fünf Sekunden zwei eiserne Konstrukte zerstören. Das bedeutet, dass man mehrere gleichzeitig erhitzt, ins Wasser zieht und dann mit zwei Castern draufballert, um die zu zerstören. Was passiert eigentlich, wenn man weniger als 5K Schaden macht? Dann wird das Konstrukt nicht zerstört, wird aber gelöscht und es bleibt halt am Leben. Dann muss man den ganzen Prozess wieder von vorn machen. Und natürlich ordentlich einheizen. Innerhalb von vier Minuten sollte Ignis bezwungen werden. Das ist natürlich dann wieder eine Damage-Frage. Okay, dann schauen wir uns das doch mal im Video an. So, ihr seht jetzt schon, wenn wir den Kampfraum hier betreten, sorry für die Verpixelung, aber es waren leider keine besseren Videos bisher zu finden. Wenn ihr den Kampfraum betretet, Ignis wartet hinten schon an der Schmiede. Hier sind diese eisernen Konstrukte und hier seht ihr das Wasser, wo die dann reingekaltet werden müssen. Wir starten jetzt den Kampf. Ihr könnt ihn euch so ein bisschen in vier Teile unterteilen. Diese breite Linie, die ihr jetzt hier vorn gesehen habt, wo noch das Mammut hinten steht, das Reitmammut, da könnt ihr den Raum in zwei Teile unterteilen und dann halt einmal in links und rechts noch. Der Tank zieht den Boss jetzt hier in die erste Fläche, wo sie eben die Brandflächen ablegen wollen und es sollte keiner vor dem Boss stehen. Wenn er diesen AOE hier nach vorn macht, seine Flammenstrahlen kommt, das Versengen und ihr seht den Bodeneffekt. Da sollte der Tank dann natürlich möglichst schnell raus und ihr seht jetzt auch schon, ein Spieler ist im Kessel eingesperrt gewesen, der wurde gut hochgeheilt. Den Boss immer schön positionieren, dass er nicht in den Flächen drin steht und so schnell es geht aus seinem AOE raus. Der dreht sich nicht mit beim AOE, sondern er wird einfach den AOE vollenden. Ihr seht, jetzt wird hier rechts so ein Konstrukt frei. Das wird jetzt vom Off-Tank quasi eingesammelt und nach hinten gezogen. Er wird gleich in die jeweilige Brandfläche reingezogen, um eben erhitzt zu werden und dann um zu brennen. Ihr seht das Brennen auch, dass dieses Konstrukt dann im Endeffekt richtig rot glühend ist. Und danach zieht ihr das Konstrukt dann einfach ins Wasser, wo es brüchig wird und wo ihr es dann erledigen könnt. So, und mehr ist es im Endeffekt nicht. Hier hinten seht ihr, wie das Konstrukt noch gekitet wird in die nächste Fläche hinein, dass es dann gleich entzündet werden kann. Und ihr als Main-Tank zieht den Boss halt einfach in diesem Viereck herum, sodass er immer schön vom Raid weggedreht, dann einfach in die, ja, seine Flächen halt ausbreitet. Das Konstrukt steht jetzt sicher schön drin. Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr, ihr macht mit eurem Off-Tank, zieht ihr das Konstrukt in diese Flammen rein und dann macht ein Druide Wurzeln auf das Konstrukt und dann bleibt es schön in den Flammen drin stehen, so lange, bis es eben seine Stacks oben hat und dann ins Wasser gezogen werden kann. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen, ist ein bisschen schlecht zu erkennen. An linker Seite war gerade ein Konstrukt ins Wasser gezogen worden. Wie gesagt, als Main-Tank kriegt der halt dann nicht so viel mit. Ja, aber viel mehr ist es auch nicht. Dieser Boss-Kampf, ähm, der geht jetzt genau so bis zum Ende. Hier kommt wieder ein Konstrukt, was dann von dem Tank ins Feuer gezogen wird. Dann wird, ähm, draufgewurzelt zum Beispiel, ne, seht ihr jetzt schön die, die Wurzeln. Äh, es steht im Feuer und, äh, wird dann gleich seine Stacks oben haben. So, dass ihr es dann ins Wasser ziehen könnt. Ihr habt jetzt gesehen, wie weit der Boss auch weggerannt ist und hat jetzt die Eule in den Gluttopf reingesteckt. Und wenn ihr oben mal ins Grid reinschaut, dann seht ihr auch schon, also die Leute, die in dem, äh, Gluttopf drin sind, die kriegen da sehr, sehr viel Schaden ab. Ja, und, äh, der Boss-Kampf wurde jetzt hier so ein bisschen geskippt, weil viel mehr passiert jetzt nicht. Und, ähm, das sind die letzten Prozente. Da wird er jetzt gleich umfallen. Und dann habt ihr auch den dritten Boss, hier Ignis, Meister des Feuerwerks, umgehauen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns den vierten Boss XT-002-Dekonstruktor ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!